da sind wir wieder bei Let's Play Raman Legends Punkt 10 müsste es jetzt sein und das ist der Epic hier gibt es diese Time Attack Level 100% nicht 100% und Palast in der Tiefe ich frage mich ob das wirklich die vorletzte die vorvorletzte Welt ist ah ich wollte gar nicht rein das ist ja mal interessant wir machen das einfach mal du denkst ich geh da jetzt nicht hoch hm gucken wir mal wenn man alles besiegt hat ich bin froh dass es jetzt nicht so viel und schon geht es unter Wasser würde ich sagen da kann man glaube ich schon sprechen ah aufgeblasen lol das sind die letzten oh 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 Ja, ist das over? Das ist noch Ich sag mal nix, dass es alles ein bisschen durcheinander Das war sehr schlau von mir, ich muss sagen Das ist natürlich ewig Ich bin hier nur untersuchungslos Ah! Du! Was ist das? 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 Oh, haha! Hier, ok. Okay, um, 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 um. So, Leute, was ist das bitte schön für einen Level? Aufgeblasen! Ah, 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 ah! Ah, nein, keine Ahnung, was war die? Secret, die kann man nur schon finden. Ah, 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 ah! Oh, 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 oh ja ja gestern Bayern spielen eigentlich ich bin so ein schmalt nicht wenn sie immer die besten spieler kommen und so und da habe ich mal geguckt, dieses Finale da war ich halt für keine Mannschaft noch mal geguckt und dann das hat weh getan ach so aufgeblasen ach ach ja auf jeden Fall acht Minuten Schelze war das kurz das Tor gemacht also 1 zu 0 dann nach der Pause hat Bayern ein Tor gemacht und dann irgendwie die als Schelze also dann war nach also Verlängerung ach dann war Verlängerung dann und also zweimal 15 Minuten und in der 3.9 hat Schelze dann 1 zu 2 gemacht und dann in der von der zweiten Hälfte dann gab es da eine Minute Nachspielzeiten und dann war es dann 56 Sekunden davon um und dann schießen die das Tor in der allerletzten Sekunde und dann gewinnt ja noch das Elfmeter schießen das musst du dir immer einstellen das musst du dir immer einstellen also das ist ja irgendwie schon ewig das hat gezogen das hat bestimmt gezogen das hat bestimmt gezogen Agetten Rayman, oder was? Oh, boah. Habe ich ja richtig gemacht. Mann, ich wollte nur aus Spaß. Oh. Boah. Nimmst doch nicht so ernst, das war doch noch. Er wollte doch nur spielen. Und wieder dann so über den Boden rutscht. Das ist der Kenntin. Abrollen. Episches Abrollen. Boah. Abgerollt und voll da rein. Mann, war das episch. Abrollen. Du-duIN-duIN. Du-dub-dub-dub-dub-dub. Oh, das war's. Overtribe. Oh, I tribed. Overtribe. Ja komm, wie hart noch. Komm. Nein! Jetzt lass mich dich nochmal von vorne ein. Danke. Das ist sehr nett von Ihnen gewesen. Oh mein Gott, das war's. Das ist sehr interessant. Wir müssen da irgendwie auf Agent spielen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich aufnehmen will. Oh. Das muss gezogen haben, also. Das muss gezogen haben, Raymond. Das muss gezogen haben. Raymond Gint. 007, oder was? Raymond Gint. 007, oder was? Raymond Gint. 007. Huft. Nein, ich hab' das verpasst. Das kommt immer wieder zu meinen. Na ja, egal. Schau mal auf, fünfmal zum Guckschwilher. Leck, Leck. Da guckst du Raymond. Ich hab' den, ne? zurück zum zweiten Punkt unter dem Meer wir haben dafür jetzt wirklich zwölf Minuten braucht ich kann nicht ganz fassen Licht ins Dunkle oh ne nicht mehr so richtig so abräumt k unsere aus drei die 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 der 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 Ah, der ist da oder was? Bam! Da oben ist man. Sie haben nichts gesehen. Wieso soll ich da unten hinkommen? Das war voll unnötig. Das war voll unnötig. Kann ich auch. Da vorne wacht er ja schon. Boah, das war so knapp. Das war so knapp. Das war so knapp. Das war so knapp. Du Bob, hast du nicht kapiert, wo du langen sollst? Bewege dich da oben! Wenn der da zu inkompetent fühlt, ist nur dann Raster. Und ich zu inkompetent. Er hat es doch gemacht, da bin ich jetzt mal stolz auf ihn. Hier, ich bewege meinen dicken Arsch. Oh no! Oh no! Wir haben es geschafft! Es gibt Glowbox Regi und Mario Raymond. Ja Junge, da musst du dich auch bewegen! Das ist nur eine Sache, die Bewegung, ne? Das ist nur eine Sache. Ich hab auch gehört. Sehr gut! Ich tu blöd! Ich tu blöd! Ja, das hast du da vorne. Wenn du das da oben nicht machst. Also... Ist nicht so schlimm. Alô Ah, escapode Du bist scheiße, du bist scheiße Inkompetent bist du Das ist cool, das ist cool Das ist eigentlich cool so zu stören Da oben kann wohl nicht sein Das ist zu hart Wir müssen machen, wir jetzt die Kette da unten Oh Wehe, ich muss da jetzt wieder von vorne. Das ist hart. Das ist gut. Ich bin schon. Ich bin ja immer noch ein bisschen, aber ich bin ja auch nicht mehr. Ich bin ja nicht mehr. Ich bin ja auch nicht mehr. Das ist wie du es machst. Das ist wie zu einfach. Wie zu einfach. Was hat das denn noch gerade gemacht? Was? 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 Hallo? Da? Da? Nein! Was? Das haben wir schon mal wahrscheinlich alles nicht bekommen. Hm. Das ist mal oder so was? Ja! Bihio! Opa! Pro Master! Ja! 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 O-O-M-G! That looks... Fuck, ich dachte jetzt so, lol, wir haben alle. Ich weiß nicht, wie ich das kenne. Oh, ich weiß nicht, wie ich das kenne. Das weiß ich nicht. wieviel minuten? auf 24 wir können das noch ganz machen da brauchen wir heute noch viele da gibt es wahrscheinlich 3 2 6 ja ich hoffe es hat euch gefallen Mensch ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe es hat euch gefallen